Qualify 1, Ungar, ein großer Preis von Ungarn, jo, so sieht die Sache aus hier, Ziel wäre der sechster oder besser, ja, ein schönes Ziel, ja, muss ich schon sagen, ob es mir gefällt, ist die andere Frage, soll ich mir mit weich, ich glaube, weich, weich, okay, ah, im Qualifying 3 kann es leicht regnen, okay, ja, wir fahren einfach mal raus, würde ich einfach mal sagen, wir tun jetzt natürlich nicht mehr für 10 Runden, sondern für, ja, komm, 5, man weiß ja nie, ob ich gleich im Verkehr stecken bleibe, bei den ganzen Virgin's, ART's und, ähm, KTM, nenne ich die jetzt einfach so, einfach ist das Spiel hier, Lotus, sage ich jetzt einfach zu den Renault, dann passt das eigentlich besser zur Verständigung, ja, natürlich, vor meinen, genau vor meinen Füßen, vor meinen Frontflügel, fahren die alle raus, das, das ist echt nicht mehr normal, so überhole ich die jetzt oder lasse ich ab, skand, dann komm, ich überhole die zwei noch hier, dann habe ich den, ähm, da rein, Katikaian schon, und wer ist das, der Glock, ne, der Coverline, okay, der Coverline im KTM-Diensten, ja, bleib bitte da, danke, hat mich gut vorbeigelassen, so, wünsche ich mir das auch immer, rennen, so, Eco-Warm auch noch erwischt, so, jetzt kommen wir, meine Schlüsselschkelle hier, so, Heck, leicht unruhig, leicht quergestanden, macht aber nix, wieder falsch angefangen, die Kurve, ich habe es gemerkt, so, jetzt zählt es natürlich gleich, also, nach 1,18 Uhr Zeit wäre schön, und los geht's, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, zieh, komm, zieh, Junge, ah, erste Kurve, gut genommen, vorderes Reifen, äh, Reifen, ja, bleib zu stehen, vorderes Reifen, die Greifen, jawoll, jawoll, ich geh mir im Weg, ich geh mir im Weg, ich geh mir im Weg, lass mich irgendwo dran vorbei, bitte, oh, Marichello, danke für die, für die Runde, danke, 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 dass du mir die Runde versaut hast, danke, 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 so, Sotir, setzt die Zeit, da bin ich schon deutlich schneller, so, jetzt lasse ich abschneiden, jetzt lasse ich den Barriket auch mal hinter mir zappeln, Adria ist auf der provisorischen Pole, Adria auf der Pole, ja, aber nicht lange, ja, Marionado schon schneller mit 1, 20, ey, dich lasse ich nicht vorbei, vergiss es, so, jetzt nochmal, nach der letzten Runde bist du auf Platz 4, dich lasse ich nicht vorbei, kannst du rückattackieren, ich habe keine Lust, eigentlich noch einen Reifensatz zu verschwenden, und der, ey, das kann es doch nicht sein, bin ich hier in Monaco, oder was, wo die mir, wo wir, jede 5, Minuten, einer, über die Nase läuft, ey, das gibt es echt nicht, 13, so habe ich hier schon im ersten Sektor verloren, danke, 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 du, Ferrar, welcher war das überhaupt, der Master bestimmt, der kann nur der Master sein, kann doch nur der Master sein, so, der Barriket kann mir nicht folgen, es konnte nur der Master sein, oh, Bestzeit, keine Abgüßung, Gott sei Dank, Barriketo ist jetzt hinter mir, Kobayashi, neue Bestzeit, 1, 19, 2, 6, 4, und 1, 1, 1, 19, 1, 1, Bestzeit, Bestzeit, Bestzeit momentan, also, voll und sauber, Jungs, jetzt geht mir der Hamilton im Weg, also, es kann echt nicht sein hier, Vettel, Schnellster, Schumacher, Zweiter, wir Dritter, Vorbarriketo, jetzt kann ich die Runde abbrechen, aber das müsste eigentlich, das müsste reichen, so, das sollte eigentlich reichen, für, Q2, und der nächste im Weg, Leo, sie macht doch einfach Platz, mach einfach mal besser Platz, ja, oh, dank dir, ja, deswegen komme ich jetzt auch in die Box, also, ich kann echt noch für eine Runde Sprit rausnehmen, also, momentan bin ich Dritter, und dann sage ich einfach mal, ja, gut, springen tue ich jetzt im Qualify nicht mehr, so, Boxen, Gasse, können wir auch wieder üben, runterbremsen, auf 60, also, Vettel, Vettel, Achtzehntel, schneller als ich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, auf welche Reifen, sonst hast du denn gefahren, auf hart bestimmt, ach du scheiße, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber gut, hier hat auch Verkehr, das muss man auch noch einberechnen, ah, ne, das wird keine, Pol, ne, das wird, schaffe ich überhaupt diese Saison, ne Pol, ich glaube nicht, höchstens in Indien, so, ja, simulieren wir mal vor, oh, ich bin nur noch, oh, 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 ich sehe aber noch knalllos durchgereicht hier, 10. 11. 12. Gott, 13. Ja, es reicht, jetzt hätte ich doch ein bisschen, ob das reicht, ja, das reicht, das ist positioniert 14, ja, es hat gereicht, Boah, die waren ein 17,5, ist das doch nicht meine Schrecke hier, oh, sind wir in der Entwicklung doch so langsam, ah, gut, den Kobayashi kriege ich noch, den Paris kriege ich noch, ah, mich ja schon mal, wird echt kritisch, oh, es wird doch eng für Q3, Qualifying 2, Ungaring, Gerüstoffpreis immer noch von Ungarn, ja, reichen wir Q3 mal wieder, oder nicht, das Ziel kommt, vergesst das Ziel, vergesst es echt, vergesst es, ganz ehrlich, hätte 6 oder besser, das Ziel vergessen wir, Phipps kackt jetzt aber mal gerade komplett in ein, das hoffentlich behebt sich jetzt, jawohl, das muss auf eine Runde eigentlich funktionieren, aber warten wir einfach mal ein bisschen, und sagen einfach mal, Hallo Karte rechts, Hallo Zeit oben rechts, ach komm, Zeitentableau, ja gut, was gibt es jetzt da groß zu sagen, ja, da ist ein blauer Strich durch, ich muss mindestens 6. werden, ja, so, so tief fährt gerade raus, und wie gesagt, jetzt fahre ich auch mal raus, weil es ist eigentlich, eigentlich Geld, und wenn es diesmal nicht klappt, kommt ein zweiter Versuch, dann hinten dran, weil ich will mal wieder ins Q3 kommen hier, ist ja schon, eine wärmliche Vorstellung hier, was ich gerade abliefere, dass ich nicht ins Q3 mehr komme, so, jetzt habe ich aber mal Platz vorne, Gott sei Dank, also das habe ich mal mehr mal ein Fenster geschaffen, wo aber keiner vor mir ist, sind es aber nur noch 17 Fahrzeuge, nur gute Frage, ja, müssten 17 sein, ja, sind 17 oben links geht es ja, oh Gott, spiel man schon Formel 1, dann sollte man wenigstens die Regeln im Kopf eigentlich haben, oh, ein bisschen quer gehen, gucken, wann das Heck ausbricht in dieser Kurve, jetzt aber die Reihe, wir haben den Rappen und Regeln, richtig Gummi legen hier schon mal, aber die Gummi sollte da eigentlich schon liegen, soll jetzt mal ein bisschen DRS schon mal benutzen, auch Fett ist eingeschkelt, jawohl, Abschall da vorne habe ich auch, jetzt sollte es mal funktionieren, mit einer freien Rennrunde, jetzt kommen da echt noch welche aus der Box, jetzt gibt es echt nicht, Hamilton, äh, Button, Button, da ist noch einer vorne, das war der Petrov, warum stehen die mir eigentlich immer so gerne im Weg, aber nur weil sie ist Köln, oder was? So, komm schon, komm schon, komm schon, ah, Fett ist vorne jetzt, oh, nur eine halbe Sekunde hinten dran, gucken, was der Schlusssektor noch bringt, wurde der erst abgemacht, vierte, oh, ja, aber das ist keine Zeit, weil ich einfach keine freie Runde hier mal zusammen bekomme, jawohl, dreizehnte schneller, das ist wichtig, keine Abgrößen, aber das ist wichtig, Boah, Boah, Frips, Hänger, oh, Bessertkurs, oh, warum muss das Frips jetzt da einbrechen, und, jawohl, oh, jawohl, super Runde 1, 18, 1, das lässt sich doch mal sehen, wieder, ja, eine sehr, sehr gute Zeit, das gefällt mir, endlich mal wieder eine Runde zusammen bekommen, ja, Scheiß auf die Abkürzung jetzt, ich hab den vierten Platz gerade innen, jawohl, die Frage, riskieren oder, noch gleich nochmal rausfahren, boah, ich schau erstmal, was, einfach der, Vorsprung auf dem 10 Platzierten ist, jetzt bin ich nur noch 5, da, okay, oh, wer steht denn da quer, der Petro war das, glaube ich, keine gelben Flaggen, das ist aber brandgefährlich, ja, keine gelben Flaggen mit zu schwenken, das geht ja mal gar nicht, so, ich bin wieder in der Boxengasse drin, momentan Position 5, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, und vielleicht auch noch nicht so,